Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nervös? Nö, wieso? Naja, ob sie schwanger ist und was es wird? Egal. Ob sie schwanger ist. Ich dachte, sie verhütet. Und wenn sie jetzt schwanger ist? Egal. Sind schon vier Wochen zusammen. Wir sind auch erst vier Wochen zusammen. Und gleich schwanger. Aber ich freue mich. Egal. Sie wird ja auch dicker, wenn sie schwanger ist, oder? Ja. Anzunehmen. Hat eigentlich eine ganz geile Figur gerade. Geilen Arsch. Und die Titten könnten ein bisschen größer sein. Wenn sie tatsächlich schwanger ist, dann haben sie ganz große Chancen, dass sich das dann ändert. Aber wenn man seinen Partner richtig liebt... Was heißt lieben? Passt halt. Bis jetzt. Bis jetzt? Ach. Verstehe. Und? Wo haben sie sie kennengelernt? Klassiker. Beim Bäcker. Tja. Das ist ja witzig. Meine Freundin arbeitet in der Bäckerei. Hat so einen langweiler als Typ. Aber mit mir hat sie Spaß. Und der andere weiß nichts von Ihnen? Das muss doch ein Vollidiot sein. Naja. Bald weiß er es ja. Arme Sau. Egal. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Okay. Wasバть. Sers zurück. Mas nein.